So, Kameraden, da sind wir wieder. Lass uns mal den ganzen Krempel hier einsammeln. Und dann schauen wir mal. Gell? Können wir jetzt eigentlich noch hier was machen oder so? Gibt es eigentlich Missionsziele oder so? Nö. Ja, kann man doch was bei den Kollegen da unten tun. So, Männer, ihr könnt ruhig gehen, wenn ihr wollt. Ähm. Ja, kommt doch einfach zur Arche. Wir können noch ein paar Strampler gebrauchen. Na, wir wollen wohl nicht. Ja, wenn man einmal in so einem Modus drin ist, dann hat man auch keinen Bock aufzuhören und will es noch durchziehen, ne? Stehe ich zwar nicht, aber okay. Aber ich hätte die Leiter weggesprengt und komme nicht mehr hier hoch, oder? Was ist jetzt die Sache? Da oben lag noch eine Kiste. Da geht's hoch. Glück gehabt. Kiste existiert noch. Und wir... Da ist irgendein Scheiß drin, ne? Warum leuchtest du grün? Keine Ahnung, wieso. Komm schon. Lass mich sehen, was da drin ist. Gib mir dein Inhalt. Lucia-Rüstung. Träger ist immun gegen Elektrizitätsschaden. Nice. Drei Rüstung, drei TP. Die könnte eigentlich gar nicht so schlecht sein, ne? Absorbiert Feuerschaden. Was hast du, Immun? Strom eingeführt ist auch ganz geil. Absorbiert Explosionsschaden. Plus vier. Okay. Bisskacke brauch ich nicht. Okay. Ja, sind wir hier auch fertig, wa? Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Hm. Warum leuchten da noch so blaue Dinge auf dem Radar auf? Geht da mal gucken. Aber das sind doch nicht die... Scheiß drauf. Ich gehe einfach zu dem Fragezeichen. Richtung Quest. Ich gehe einfach Richtung Quest. Wir machen einmal noch die Quest weiter. Schauen wir mal, wo wir landen. Kannst du hier weiter? Nein. Kann aber auch sein, dass wir jetzt voll auf die Robocop-Starts stoßen. Oh, hier. Oh, geil. Oh, Gott. Geilo. Wie kann ich den denn übersehen haben? Bin ich nicht hier lang gelaufen? Oh, peinlich. Reisen wir mal in den Untergrund. Okay, da teilt sich auch wieder der Weg. Okay. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich habe gesehen, die große Wallen. Aber das ist eine große Wallen. Es ist mit der ganze Stadt. Sie haben versucht, die Leute zu entfernen. Sie haben versucht, die Leute zu entfernen. Sie haben versucht, die Leute zu entfernen. Die Red Pläge in dieser Stadt zu entfernen. Es wurde schnell geöffnet. Es wurde aus dem Kontrollen. Also, die Macht der B, bauen eine Wallen um die Stadt um die Stadt zu quarantinieren. Um es zu verhindern, die Leute zu entfernen, von der Welt zu entfernen. Das war lange vor, aber die Leute sind immer noch Angst, um in die Stadt zu entfernen. Das ist deshalb, die Stadt der Forbidden Stadt. Entschuldigung? Ja, da bin ich mal gespannt. Sieht auf jeden Fall nett aus hier. Können wir mal Urlaub machen. Da vorne geht es sogar innen. Oh, ich dachte, das wäre Schrott. Hm. Hä? Was war das? Da, Schrott. Ich muss doch im Augenwinkel blinkeln sehen. Bevor ich da weitergehe, möchte ich einmal oben gucken. Einen Stockweg über uns. Um zu wissen, dass hier nichts ist. Jetzt haben wir das Rätsel geklärt. Das Rätsel des Hauses, wo nichts ist. All diese Leute sind gefeiert, um in der Stadt zu bleiben und sterben aus der Red Pläge. Stufe 60. Stufe 60. Ciao. Das Glitzernde da möchte ich noch mitnehmen. Stufe 60. Okay, ich bin raus. Stufe 60. Stufe 60. Nicht mit mir. Wir latschen einmal zur Arsche. Wir latschen einmal zur Arsche. Wir haben ein bisschen Schrott. Meine Lieblitzer. Meine Lieblitzer. Mein Lieblitzer. Ich habe schon so eine Ahnung, wer die Waffe, wer den Visier ist. Jeder sagt, dass Spaceships fliegen draußen. Ich weiß nicht, dass sie wie Dronen sind. Kleine, kompakt. Ich bin aus. Ich habe schon nachdem. Ich bin aus. Ich bin aus. Ich bin aus. Waffenreichweite. Sehr geil. Geil. Fett. Ähm, Scharschützengewehr habe ich richtig. Rambino. Gegner zu verbrennen ist natürlich auch geil. Ups. Ähm, was ist denn mit Selma und ihrer komischen Flinte da? Äh, da. So. Ähm, jetzt noch einmal hier Prips Bar. Gegen lebende Kreaturen. Okay, wir haben einmal 10% Schaden gegen mechanische. Granaten benutze ich nicht so viel, ne? Erhöht den Granatenschein um 4. Zählt das für alle Granaten? Werfenschein um 1. Wenn ich die beiden noch mache, habe ich auf jeden Fall richtig geile Damage. Das heißt, wenn ich den mache, mache ich 10% Schaden gegen lebende Kreaturen, 10% gegen mechanische und der Waffenschaden wird um 1 erhöht. Müsste man wissen, wie viel 10% sind, ne? Macht das mehr Sinn, das zu nehmen oder das zu nehmen? Ich nehme das. Ja, ich glaube, das macht. Danach nehme ich den hier, Ranger. Weil so viele Granaten... Jetzt könnte ich vielleicht Granaten benutzen. Ähm, hier sind wir fertig, gell? Dann würde ich nämlich... Stufe 60. Hier hingehen. Sicher bin ich mir nicht, aber... Jetzt haben wir mittlerweile vielleicht eine etwas höhere Chance, da zu bestehen als vorher. Probieren geht überstudieren. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlang muss. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich bin brav, aber das ist verrückt. Wir müssen zurück. Hä? Bin ich vorhin letztes Mal woanders lang gegangen? Ich gehe weiter. Ich gehe gleich hin, wo oben. Ich gehe so weit. Moment mal, wo bin ich denn hier? Warum war ich hier noch gar nicht? Lebt es? Okay. Hä? Hä? Wo bin ich denn das letzte Mal lang gelaufen? Stimmt, ich bin hier hochgelaufen, ne? Okay, es gibt mehrere Eingänge. Anscheinend. Ja, hier kann ich mich dran erinnern. Ja, hier auch, dann gehst du da, ah, okay, ja, mhm, mhm, ich verstehe. Ich habe nur das halbe Real hier untersucht. Wieder so dumm, ne? Da, okay, hier geht es hier lang. Okay, let's go. Okay, let's go. Ich hoffe, hier ist kein Schamane oder so. Das war nicht gut. Ja, schießt alle auf den. Der hat eine fette Waffe, der Jäger. Was soll das? Ach, das ist der Boss, ne? Oh, Eminenz, oder wie er sich nennt. Das ist da. Das ist leer. Das ist leer, dass alles angekommen ist. Ich habe ihn sehr gefordert. Genau, er ist ein Schamane. Das war's. Ich hab dich! Ich hab dich! Ich hab dich! Ich hab die Deckung verstoßen. Geil. Oh Gott, das wird ziemlich knackig. Überrasch. Wenn's nach mir geht, können sie den Panzer langsam runterschießen. Ich habe ihn. Ich hab ihn. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Komm, geh auf den Tank. Komm schon. Ja, sehr schön. Dann krieg ich drei Schaden. Den Flammenhaini da müssen will. Oh, scheiße. 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 Ich bin ein. 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 scheiß EMP bei? Hier, da kann er... Okay, ich bin so schlecht vorbereitet. Durch Rauch blockiert. Okay, ich bin super schlecht vorbereitet. Okay, ich bin so schlecht vorbereitet. Okay, ich bin so schlecht vorbereitet. Oh, shit. Okay, der Panzer ist eh weg, ne? Okay. Ja, hier gibt es null Deckung, ne? Scheiße. Wie lange bleibt der hoch denn, ne? Ist er abgeschaltet? Das fühlt sich besser. Okay, na weiter, weiter, weiter. Ich könnte Granaten schmeißen, ne? Knock, knock. Knock, knock. Knock, knock. 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 Dann sind es offen. Ich bin der Hero, du bist der Hero. Nächstes eingetroffen. Yes, sauber. Granaten hat er keine mehr. Scheiße. Nächstes. Ah, mir fehlen die caule Linz. Ich bin auch blockiert. Eine Kanone weniger. Und noch eine Kanone weniger. Oh Gott, ey, alter. Und daneben. Okay, er zählt auf mich. Ja, bitte aus mit mir. Ich bin Jizz White. Es ist Faro. Gotcha! Oh Gott sei Dank. Ja gut, Faro ist jetzt weg. Aber, kann ich mir den Kollegen hier ausleihen. Und kann den alten da mal eine reindrücken. Ja, ich glaube ich bin kaputt. So. So geil. Oh, Magnus hat Schaden bekommen. Ohohohohohohohohoho. Oh fuck. Hier, lass mich dir helfen. Okay, danke. Let's move. Proper wound. Let me fix that. Thank you. Toodaloo, toodaloo. Tschau mit V. Yes. Er brennt. Ja, weiter bitte. Ja, du kannst sonst nirgends wohin, ne? Hier hast du wenigstens etwas Deckung. Ja, das war klar. Boah, hier gehen jetzt alle meine Medikids drauf ey. Let me help you with that wound. That feels so much better. Nein. Keine fucking Granate mehr. Weg mit dem Pyromanen. Nein. Die schießt doch noch dahin. Ich bin der Hero, du bist der Zero. Sehr schön. Oh man, das will ich jetzt noch hinkriegen ey. Oh, interessant. Und effizient. Magnus, verzupf dich. Und du dich auch bitte. Ah, dann hab ich keine Deckung, ne? So, nachladen. Dann kriegen wir vor. Puh. Puh. Alter. Scheiße. Da hält auch noch einer. Dann machen wir es so. Okay, Etta ist zu weit weg. Du haust da ab. Und du... Bündest ihn fest. Wir machen doch da wieder ein bisschen kassiert. Oh, du musst dich heilen, sonst bist du gleich tot. Sehr gut. Sehr gut. Er brennt. Perfekt. Na komm. Schieß. Guck auf. Guck auf. Sehr gut. Du bist jetzt Geschichte mein Freund. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Einer von uns ist unten. Schlob. Wir haben es. Scheiße. Pff. Oh, jetzt müssen wir loswerden. Oha. Das ist wieder so geil, ne? Keine Trefferchance, aber er trifft mich. So. Bitte knall ihn ab. Sehr schön. Und du gibst ihm jetzt den Rest, bitte. Komm schon. Yes. Alter, was ein... Das war mal wieder ein richtig knackiges Level. Meine Güte. Ähm, ja, die Folge habe ich auch... Was heißt Folge habe ich auch? Folge ist zu Ende. Ja. Wo war der Hohndevil? Weil er fuhr, um zu kämpfen und zu sterben. Ja. Der Hohndevil muss seit langem sterben haben. Vielleicht hat er zu hart mit den Angelegenen und hat sein Hohndes in der Maschine getrunken. Wer weiß. So, bin ich gequatscht? Okay. Äh, Folge ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und adios, amigos. Tschüss. Tschüss.